Das ist ein Quist. Und da kann man nichts mehr machen. Zack, boah. Da muss ich ja nicht alles machen. Ich will noch fast gar nicht hinschauen. Ich kann da überhaupt nichts machen. Aber das sieht man auch nicht alle Tage. Und dann wisst ihr ja auch wieder, warum wir diesen Aeroscreen haben. Geil. Geil. Ei, ei, ei. Also da können wir nur hoffen. Wir wissen, die Fahrer sind fürs erste OK. Also gerade Karl Kirkwood, der muss auf jeden Fall zum Medical Check. Denn das kann sein, dass der vielleicht auch irgendwelche inneren Verletzungen hat. Der muss durchgecheckt werden. Aber vor allem Daumen drücken, dass da mit diesem Reifen nichts passiert ist. Wir hoffen, dass da nicht alleヤachen müssen. Boah. Die ducken sich da schon alle. Hoffen wir einfach mal, dass niemand gerade hinsichtlich der Tribüne stand. Das sind Bilder, die wir auch gar nicht sehen wollen, aber ich fand es bei der Onboard bei Kyle Kirkwood eben interessant, als wir gesehen haben, der Funkenflug, die Kameraden im Cockpit, wie der sich sofort versucht hat zu orientieren, also der ist noch gar nicht zum Liegen gekommen, rutscht noch und versucht sofort zu checken, wo bin ich eigentlich gerade, so wir sehen das Rad, ich glaube in Richtung Autos, hoffentlich, also da waren nicht viele Menschen, wir hoffen mal, dass...